Die Thüringer AfD stellt ihren Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke zur Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch auf. Der Wahlvorschlag sei bei der Landtagsverwaltung eingereicht worden, teilte die Partei in Erfurt mit. Höcke, einer der führenden Köpfe des rechtsnationalen AfD-Flügels, tritt damit gegen den Linkspolitiker Brudo Ramelow an. Ramelows rot-rot-grünem Wunschbündnis fehlen vier Stimmen für die absolute Mehrheit im Thüringer Landtag. Diese Stimmen hofft er bereits im ersten Wahlgang aus den Reihen der CDU oder FDP zu bekommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017